Entschuldigung, in der Nähe wird auch unterstützt von dem Degel-Lock. Wir haben eine Seidler der Vögel-Offizier der Seidler in die Kiste, Nino Ingmann. Das war das heutige Schiedsrichtergespräch von Karl Albert. Karl Albert bringt Farbe ins Spiel. So, und jetzt gibt's gleich noch mal Musik. Da möchte ich die Jungs zu mir bitten. Kommt kurz rein, kommt hier zu mir.